Dann hab ich ja jetzt weiße Wolle, dann hab ich hier Farbstoff, dann kann ich der uns rote Wolle haben. Keine Sackgasse, nicht runter, nein! Da oben ist Erde. Erde ist ein gutes Zeichen. Du kannst ja auch einfach deine Hand benutzen. Ich hör Schweine. Ich, ja, ich bin draus. Ich seh Licht am Ende des Tunnels. Ja. Oh, die Sonne. Wie sie mich anlächelt. Wie sie mich anlächelt. Das müsst ihr so'n Smiley machen, aber ne. Diese Sonne von Teletubbies, Alter. Das kann ja gut, ey. Ich glaub, ich seh Burakis Turm von der Ferne. Ist der das? Ist das der Turm? Ist das der Turm? Das ist das Turm. Der schiefe Turm. Der schiefe Turm von Pisa. Ne, der schiefe Turm von Buraki. Buraki. Ah. Ich bin Tatsang. Spring über die Bäume da. Uh. Boah, endlich. Nein. Autsch. Also, das ist das letzte Mal, dass ich dieses Textureback hier benutze. Das nächste Mal dann wieder Misa. Mein Gott. Was? Wieso? Ich will, dass meine Katzen richtig aussehen und nicht 4D, Alter. Buraki. Was denn? I'm back in business. Hier kriegst du ein Willkommensgeschenk. Was denn? Ich überleg gerade, was ist denn nutzlos? Nein, das ist eigentlich gut sogar. Hier. Gib her. Was ist denn nutzlos? Habe ich gleich eine Kiste für, mit dem ganzen Scheiß. Aber du kannst ja Wölfe zählen mit dem verrotteten Fleisch, ne? Ne, mit Gnorren. Alter, die Kakaobohnenpflanzen, also wachsen richtig hart. Gut, ähm. Ach so, ja. Jetzt über das bald überlegen, so, oh gut, äh. Ja, was jetzt, äh, 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 äh. Das muss ich eventuell... So, jetzt lassen wir hier, bam. Ein weiter tiefer bauen. Bam. Und bam. Ach so, da war noch Fleisch. Die Kors, das werdet ihr gleich sehen. Ähm. Scheiße. Ihr macht gleich Holz kaputt mit meiner Hand. Das ist auch sehr effektiv. Ja, klar, immer. Holz mich hin noch. Sagte Professor, Doktor, Gadget. Fußpilz. Professor ich? Professor Ork. Professor Ork. Im Englischen. Meine Damen und Herren. Habe ich hier noch... Ah, habe ich sogar noch. Die haben Post. Sie haben Post, Sir. Das war damals immer mein Messenger, als ich noch in Credit Mail benutzt habe. Kam da immer so ein Butler an, der hat immer gesagt, Sie haben Post, Sir. Ähm, ich muss jetzt kurz gucken. War voll geil, bis es dann scheiße wurde. Holz war ich. Das hört sich an. Das war voll geil, bis es scheiße wurde. Holz, Holz, Holz. Holz, Michel noch? Holz, Loch. Michel. Angelo. Was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich sage einfach nur irgendwas. Wir sind... Ah ne, Gonel ist ja gar nicht mehr da. Wir sind sechs Leute. Kommt er jetzt auch nicht mehr wieder, oder was? Scheinbar nicht. So, hallo. PC ge-PC ge-Freeze oder so. PC geschrottet. Es explodiert. Hä, mache ich das jetzt hier weg? Ich meine, ich fange jetzt mal an, den ersten Wohnbereich hier mal zu dekorieren, also. Oh, oh, oh. Es fängt sich ja langsam an, hier. Bin ich mal gespannt, was du da drum... Ja, der... Die erste Etage wohntauglich machen. Existenztauglich. Mhm. Eine Kiste rein, fertig. Jetzt war Bett fertig, mehr brauche ich nicht. Genau. Ich habe mir sogar jetzt das Text-Shop-Pack ein bisschen verändert. Okay. Du schläfst auf dem Bett. Du isst auf dem Bett. Ich habe jetzt nämlich ein paar... Ich habe jetzt ein paar Bilder wieder editiert. Das heißt, also die Bilder... So einer bist du, ja. Das heißt, die Bilder, die ich jetzt hier hinhänge, die sieht Robert jetzt ganz anders. Aber die sehe ich halt anders. Okay. Danach kannst du also nicht mehr gehen. Bestimmt Bilder mit Hakenkreuzen reingemacht oder so. Genau. Da hau ich dann... Die hau ich dann voll bei Roberts Haus alle dagegen, ey. Genau. Ja, ich sehe sie ja nicht. Also du kannst dann egal sein. Auf meinem Chat schon. Ja. Den Paddel zieht ja. Dann kommst du in den Kommentaren. Du Nazi. Aber es ist ja dein Haus. Ja, meine ich ja in Roberts Kommentaren. Die Seins bei dir gehen als Robert und schreiben dir in den Kommentaren. Ich muss in die Hölle. Ich brauche ein bisschen Close-Down. In die Hölle. In die Hölle. In die Hölle. Hölle, 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 Hölle. Keine Ahnung. Ups. Wolltest du mir dasselbe denken. Das rot sieht der Geil aus hier. Nice. Ich brauche viel mehr volle, verdammt. Verdammt. Vermaledeit. Das hat er damals dieser Typ von der Farm gesagt bei Orgain of Time, ne? Als ich, ja, aber als ich ein Kind war, wusste ich nicht, was das heißt. Also da habe ich mir echt gedacht, was sagt der da? Könnte ich nicht mal aussprechen, Alter. Beleidigt dem, beleidigt dem. Beleidigt der mich jetzt, oder? Wo ist ich denn aufschlitzend? Scheiße. Ah, ne, das war richtig. Kannst du hellgrau, wollte ich nicht schärben, Alter? Nö. Was ist das denn für trotz? So. Ich habe das die erste Reihe Bücher wieder umgebaut. Ich habe das Regale steht schon. Wir würden noch eigentlich ein Dreimal-Lei-Protei haben, oder nicht? Wir wollten vieles. Ja, wir wollten vieles. Hat uns nichts gegeben. Du hast nichts verdient. Doch. Ich habe Kekse verdient. Sag mal, ein Dreimal-Vier-Portal. Hä? Wo denn? Was denn? Wer denn? Wie? Das denn? Dreimal-Vier-Neter-Portal. Wer hat was gebaut? Haben wir. Haben wir? Ja, ein Dreimal-Vier-Neter-Portal. Das da, was auch im Wasser schwimmt? Ja. Das sollte eigentlich Dreimal-Drei sein. Ja, du hast falsch gebaut. Ja, ja. Ja, ja. Hat doch bestimmt einer von euch umgebaut. Dann baust ab und machst kleiner. Warte. Hilfe, ich stacke. Relooggen. Und wieder weg. Das ist die ruhigste Folge, glaube ich, von allen. Weil jetzt reden echt noch drei Leute. Was macht Buster eigentlich die ganze Zeit? Ich baue Sand ab. Du, ich baue Sand ab. Wow, das ist mal Respekt. Damit kann man seine Folge füllen, du. Mann, ja, nimm gar nicht auf, oder? Nee, nee, nee. Sonst würde ich nicht nur Sand abbauen. Also, das hätte ich mir auf jeden Fall angeschaut. Ja, ich auch. Also, da wäre ich direkt dabei. Drei Stunden Sand abbauen würde ich mir komplett angucken. Das muss man. Ja, das gehört dazu, ja. Manchmal rede ich immer so die ganze Zeit und dann weiß ich gar nicht, was ich machen will. Dann laufe ich immer so ein Viereck hier runterdraht. Was ist denn jetzt eigentlich hier mit der Hülle? Hier ist ja nichts. Schau. Ich bin auch nicht weitergegangen. Ich bin nur am Anfang geblieben. Sonst hätte mich jemand hier verurteilt, dass ich ein bisschen zu viel mache, ne? Buraki, mach nicht zu viel, Mann. Echt, Mann? Schämst du dich dir gar nicht? Das pick dir mal die anderen Leute, nicht nur, denk nicht nur an dich selbst. Wie soll hast du hier eigentlich graue Schafe gemacht? Das war ich nicht. Das war, äh, der, 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 der. Ja, ich meinte auch Justin. Achso. Die habe ich so gefunden. Achso. Da sind graue und weiße. Weil grau kann man, glaube ich, gibt's gar keine Farbe von, ne? Naturell. Ka-blau gibt's nicht, nur Natur. Das einzige Farbe, die es gibt, ist, äh, lila. Und braun. Aber die tritt nur mit ner, wie seh ne, 0,5%ige Chance auf, oder so. Hä, was? Also das eine Chance als braun. Was, welche Farbe tritt nur natürlich auf, was? Also, ich, also es gibt nicht viele Farben, die natürlich auftreten. Ich glaube, braun, schwarz, weiß und grau. Und lila. Aber lila hat ne 0,5%ige Wahrscheinlichkeit. Wie willst du lila bekommen, bitte? Per Farbe mischen? Ja, Farbe mischen. Du musst mit nem Farbstoffen scharf anklicken. Rechtsklicken. Und dann nimmt er dich scharf anklicken. Ja, aber woher bekommst du den Farbstoff? Äh, es gibt lilan Farbstoff. Frag mich jetzt aber nicht, wie man den macht. Ja, nur durch ne Mischung. Aber den gibt's so nicht. Rote Farbstoff und Lapislazuli. Genau. Ja. Also gibt's das nicht, natürlich. Nee, hab ich doch... Du musst 0,5% Chance, dass ein lilanes Schaf in der Natur spawnt. Was? Ich hab grad ne Hexe gekillt. Ja, ich wollt die grad nämlich abschießen. Achso, hast du's gesehen? Ja, ich hab, also, äh... Ich hab auf die Hexe geguckt. Ach da! Also ungerechtet keine große Chance. Dass eine Natur-Respawnt einlidern ist. Komm hier nicht hoch! Buraki, hier. Was denn? Hast du Wolle? Ja. Ist naturell. Wolle geil. Sag man da natürlich oder naturell? Wie sagt man das? Natürlich, glaub ich, oder? Also naturell hört sich so exotisch an. Hellgraue Wolle dreimal, okay. Mann, war ich lange nicht mehr in der Hölle. Doch. Hat bestimmt nichts damit zu tun, dass ich schon Ewigkeiten vor dem Projekt kein Minecraft mehr gespielt hab. Wer spielt denn auch so Minecraft? So, pff, bitte. Pff, alleine machte der nicht, finde ich, jetzt nicht so viel Spaß. Nö, viel zu ruhig. Oh, hier ist ein Gast. Silence! Mich fuckt vor allem diese Musik ab, äh, ab in Minecraft. Immer dieses gleiche Klavierstück da, ne? Hm, dieses Düng, Düng, Düng. Das macht mich voll Depri. Finde die geil, ne. Warum? Früher war man, als es noch kein Multiplayer gab, war es das einzige, was man sich im Spiel unterhalten konnte. Also, wo, das, da hat man die Mucke auch volle Lutsche geknallt und dann gemacht. Lutsche, Lutsche. Soll ich sehr lange her sagen. Das ist, ja. Beta oder Alpha, Beta, ne, Beta-Zeiten waren das glaube ich noch. In der Tat. Daumen, daumen, daumen. Daumen, daumen. Eins, zwei, drei, vier. Das ist scheiße. Oh. Jetzt mal wieder Zeit. Für einen Energydrink, ich weiß. Nein. Für Weizen und Armeer. Stimmt, dann werd ich mir auch noch einen holen. Was, äh, welchen Energydrink trinkt ihr am liebsten? Nur mal so gefragt. Gar keinen. Kein Eif. Kein Eif. Ich hab noch, ich hab noch nie einen getrunken. Oha. Rob, was soll der Eizliegänge, Alter? Oha. Was trinkt ihr so, ähm, voll ich... Eistee! Gar nichts. Wasser. Wasser. Wasser, Alter. Wasser. Vor allem dann bestimmt noch still. Äh, bist du ein bisschen Kohlenzahn, Robert? Hm, was? Bist du ein Eistee-Fan? Ja. Willkommen, Club. Ja, explodiere meinen Pinstenlutscher. Echt. Oho. Hör, was? Boah, ey. Echt. Rage-Mode. Ja, na, was soll das? Robert, was machst du da? Creeper ist bei ihrem Haus explodiert. Weil, sie macht ein Pilzhaus, ne? Das kann man nicht, äh, so abbauen. Jetzt muss ich alles neu machen. Robert, was machst du da? Warum ich? Ich hab nichts gemacht. Genau. Dann würd ich jetzt, würd ich jetzt an die gleiche Stelle auch sagen. Ist das Pilzhaus hinter deinem Haus? Ne, das, äh... Kann ich dir gleich zeigen. Wie ruhig Robert geworden ist. Äh... Da, wenn du jetzt hier guckst. Ach ja. Denn... Boah, Alter! Apropos Creeper. Alter, das sah wirklich grad so geil aus. Ne, ich guck zu dir. Ich seh keinen Creeper. Dann guck ich da hinten, wo das Pilzhaus ist. Dann wollt ich wieder zu dir gucken und direkt vor meiner Fresse ist ein Creeper. Alter! Alter! Leck mich fett, ey! Oh, hast du ein bisschen was zu reparieren, dir? Alter! Die haben's richtig gut mit euch gemeint, die Creeper heute. Was für ne Scheiße! Läuft hier denn ab? So, ich hab diese sicherste Treppe im Nieder nach unten gebaut, die es gibt... ...nicht. Da gab es noch so ein Creeper rum, ein bisschen weiter links von dir. Aber 20 Blöcke entfernt. Ja, endlich unten. Soll ich auf den schießen? Ja, mach den mal bitte kaputt. Warte, ich muss mal kurz gucken, wo der nochmal war. Ach, der ist ja im Schatten, glaub ich. Jetzt schieß gleich ein Geist auf mich und bring mich um oder so. BAM! Hahaha! Tot! Yo! One-Shot, Alter. Da ist noch ein Skelett. Läuft! One-Shot! Boah, letzten natürlich nicht. Ha, zum Glück hab ich die gemacht, ey! Ist nur ein bisschen schade, dass du die ganzen EP nicht bekommst. Hast du den Nieder eigentlich noch mal resettet? Nur einmal. Achso, das war ja noch... das war ja gar nicht resettet. Ich glaub, du hast den gar nicht resettet, weil mein W-Punkt noch da ist. Obwohl, nee, da bleibt er trotzdem da. Der bleibt trotzdem. Ähm... Kannst aber... Was machst du denn da gerade? Bis auf der Suche nach einer Laserfestung? Ich? Ne, ich suche nach einem Blowstone. Hm. Wie macht man Papier? Dreimal Zuckerrohr? Äh, dreimal... drei Zuckerrohr nebeneinander. Okay. Das sieht zu schwer, das kann ich nicht. Hahaha. Tu. Glaub ich dir. Wie macht man Bücherregale? Äh, drei Bücher in der Mitte und... Nein, andersrum. Wie macht man Bücher? Äh, ein... äh, dreimal Papier und ein Leder. Ich wusste es, scheiß Leder. Ich hab noch ein Leder. Hm. Und außerdem können die Kühe weglatschen. Ja, stimmt. Das kann ich auch dazu notieren. Komm mal zwei am Leben lassen, ne? Hab ich hier kein Leder? Ich hab doch geangelt. Hab ich noch keinen Leder ausgezogen? Doch, zehnmal. Leder baue ich auch die ganze Zeit, ey. Wir haben doch Kühe. Vermehrt die einfach und dann... Jaaa! Es sei denn, ihr habt die schon alle umgebracht. Dafür kann ich da noch nichts. Nee, ich hab grad so ein Problem mit so'n scheiß Mini-Zombie. Fick dich! Baby-Zombie? Hm. Im Neta ist eigentlich voll ruhig, wenn die... Während die Gast's nicht. Wäre da nicht dieses kleine Problem. Ja, dieser Marshmallow. Marshmallow, ey. Aha, fängt er jetzt auch damit an? Meine Kisten sind einfach voll gemüllt, alter! Ja, wir brauchen Applied Energistics. Zwei. Ne, eins. Guten Tag! Ja, der Skelett-Farm findet dich auch total sexy da. Ey, hör, nicht auf Schie, nicht auf meine Katzen, alter! Nicht auf meine Katzen! Das nächste Mal machen wir ein Mod-Let's-Play. Ein Mod-Session. In der 1.10 mit der neuen Applied Energistics. Teamwork! Teamwork! fixes Das Group Du machst den attraktiv, geil, alter! Das Tracken. 14 Glowstone könnten reichen, ich nehm' such' aber lieber noch eins da Stirb krokisch! Aber kein Bock dahin Wetter was, ich geh' jetzt an der Stelle raus Das Problem ist, die Typen geben ja nicht mal 100% Leder Ne, die geben nur zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit Du Bei Plünderungen wird's aber erhöht, also Alter, zwei Endermänner Okay, grad'n Bastian Ja? Wo bist du? Fragen über Fragen Mit keinen Antworten Gondel kommt jetzt einfach nicht mehr, oder wat? Anscheinend nicht Ich geh' mal Niko besuchen, oder? Zeig' ich mich echt, was der da am ganzen Zeit macht Ich weiß gar nicht, wo der wohnt Ach, da kann der, da ist aber ein Feuerfall Krasse Okay, Alter, Half-Life Ja, ne? Anni, du hast ne, ich dachte, du hast ne Dingsrüstung Flieh! Robert hätte dir mal einen Creeper, der wollte gerade bumm machen Ja, da händ'n's Nennerknecht Mach den Kerl, mach die Tod da hinten Dein Turm ist noch nicht hoch genug Ich meinte Bastian Bro, okay, dein Turm ist noch nicht hoch genug, ich kann das Ellen noch sehen Achso, die Spitze kommt ja noch Achso, oh, natürlich, ich mein' den hau' ich um Na los, mit Fall und Bogen aber Dann brauchst du aber mindestens einen kleinen Strich bis Ebene 255, ne? Ich wette, ich wette, ich wette, äh Wow Dann brauchst du aber einen kleinen Strich bis Ebene 255, ne? Wie das aussieht da, wie das aussieht, wie er dich da so verarscht, Alter Kann ich dein Leder haben, was in der Truhe ist, oder brauchst du das? Ist der Tod? Andi, da hinten? Ja, komm her Andi, hä? Hä? Wie viel er aussieht, Alter Wie der dich verarscht Hast du so'n... hast du Flamme auf dein Schwert drauf? Ja Achso Ähm... Fire Aspect 1 Was hast du? Fire Aspect 2 bringt auch nicht viel Fire Aspect? Fire Aspect, ja Oh, Aua Der Enderman ist irgendwo gestorben Jo Nico, was treibst du hier so? Hä, der war schon die ganze Zeit tot, oder nicht? Ne, ich hab nochmal geschlagen und dann... Joomisch Ähm... Äh, 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 ich wollte Bücher machen, aber ich hab... Wen fragst du denn? Nico, danke dir Der, der schreibt nicht mal, der nickt nur mit seinem Kopf Hab ich jetzt Leder genommen und hab, dass die da fecke liegt, Alter? Der ist bei TS gemutet auch Also der hat... Der hat auf jeden Fall schon voll mit mir geredet, einmal Scheiße, hier weg, Alter, hier ganz kurz weg Oder er ist grad voll auf Chill-Modus und hat ganz... Richtig Chill-Modus Ja, also der hat... Ganz am Anfang... Hat er mit mir einmal kurz geredet Hi, und dann hat er sich gemutet Woah, fette Pilz Wie viel, äh, wie machst du das? Leder, Buch und, äh... Papier? Ja komm, komm dich hin für euch, Katze, dich hin für euch Wuuuuh Wie kommt die da? Weil... Kann ne Katze in ne Lore rein? Äh... Ja, mit ein bisschen... Ich glaub, die muss von oben auf die Lore drauf fallen Hier... Und da kannst du auch mit rein, ne? Ne, das geht nur im Boot zu zweit Achso, okay... Ja, da hab ich da doch nichts falsch gemacht Wuuu... Achso, jetzt zu meinem Thema... Ich will dieses scheiß Leder mal nicht, ne? Da... Bei mir ist es relativ eindeutig, was Leder ist Äh... Du willst, äh... Leder für Bücherregale jetzt haben, ne? Ja... Ich hab auch noch drei Bücherregale, ne? Weil ich mach jetzt... Ich hab jetzt schon angefangen, äh... So einen Zaubertisch auf meinem Dach zu machen Ja, das muss ich auch noch machen Weil, äh... Ich kann dir noch drei Bücherregale sponsern, Buraki Wenn du sie haben willst Wie, was hast du? Ich hab noch drei Bücherregale überall, falls du sie haben willst Bist du noch Marsch der Welt Hä? Pfff... Ah, jetzt geht's Dann brauchst du Holz und Bücher für das Regal, ja? Holz und Bücher, ja Drei Bücher und sechs Holz Pfff... Alter... Drei Bücher, Mann? Ja... Voll krass, ne? Richtig teuer, dieser Scheiß Vor allem, das baust du dann so dreißigmal, circa Ich baust natürlich wieder falsch, Roman, oah... In welcher Reihenfolge musst du hier entbauen? Achso, ja, ich hab's schon In der Reihenfolge, die du jetzt hast Achso! Muss ich gar nicht Ach, okay Ich kann mal kurz hier rein Die Luft aufgelöst Scheiße, Mann Ich hab ein Schild Ja, genau Ich hab das Urlaub geboren und dann ist sie ja auch verschwunden Ich dachte, ich hätte sie getötet versehentlich Ne, ich potze ich zum Mühe dann Oh, wo? Ich muss erst mal wieder richtig hinstellen Du musst dir ja die Welt zeigen, weißt du? So ein bisschen mal Die Umgebung Die sieht die Welt auch hier schon draußen Ich weiß, was ich mache Hab ich nicht mehr Ja, eingesperrt vor der Tür Eingesperrt, ne? Ich brauch sowieso noch ein paar mehr Katzen Oder ne, 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 ich glaub zwei Reihen Mehr Katzen? Crystal Katzen bitte Ich brauch zwei Katzen Ja, zuerst auf jeder Ebene hau ich ne Katze rein Aber dann wird das Gemiaue, glaub ich, ein bisschen zu viel Wie kannst du dir denn züchten? Du kannst sie ausmachen, ja, mit Fisch Fisch, oder no, hast du? Musst du aber jetzt nicht machen Eine Katze Oh, Alter Es gibt aber keinen Kater, das ist das Problem Ich hab extra Ton gemacht, damit ich jetzt noch Blumentöpfe machen kann Blumentöpfe? Da Die Töpfe, Töpfeblumen Das machst du aus Ton und... Nein, das machst du nicht aus Ton Ziegel brauchst du dafür Kaputt? Ne, aus, äh, aus den Ziegeldingern, ja Ja, hab ich jetzt Stein Ne, ich hab Stein Cool Ich brauch einen Ofen hier So nicht Minecraft-Profi am Start Ja, absolut Ich lauf immer hier, ey, das ist so dumm Ich muss doch da hin Ich lauf auch mal nach hinten rechts zu der Farm, wenn ich zur Wolfshütte gehen will Hatten wir jetzt eigentlich noch einen Amboss hier, hatten wir Bei Bouvaki Drei Ja, ich hab auch einen Ich kann ich den Ofen nicht platzieren in diesem scheiß Grünzeug hier Pfff 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 Ach moin, ey, ich warte voll auf, ich bin voll abhängig grad von Gondel Mann Hehehe, er ist arbeitslos, Gondel ist nicht da Genau Pff Ich will mich wie mit dem Shiag-Tempel anfangen, aber das ist ja einfach verschwunden Ich gib dir den Auftrag, sammle ein paar Diamanten für mich Ich kann dir ein paar Diamanten sammeln Glaube ich aber welche von Gondel Dafür musst du mir aber Gute Idee Dafür musst du mir aber Was Dafür musst du mir aber erlauben, Offscreen-Diagn sein zu dürfen Pfff Pfff Jetzt haben eh schon fast alle Leute hier 200 Diamanten am Start. Ich nicht, ich hab nur 10. Ich hab einen. Ich glaub, der Gondel hat zu viele. Ja, die hat die alle von Wolf geklaut, eventuell. Ja, die hat die alle von Wolf geholt. Eben. Und der hatte ja eine Secret-Kiste. Was ist da los? Und wieder rein. Okay. Hier ist irgendwo ein Mälen. Der Mälen. Der Mälen. Ich muss da noch ein bisschen aus. Ich fang jetzt das Schiff an. Ich hab den Mälen gefunden. Ich muss noch um. Ich find Schrank so ne Wüste. Ein unsichtbarer Pilzblock. Du macht ja hier wohl komisches Pilzhaus da. Was sie auch letztes Mal, also bei der damaligen Minecraft Session gemacht hat. Falls ich da aber noch erinnern kannst. Ja, klar. Mensch. Wie kann man sich denn... Wie kann man das denn vergessen, man? Heute klappt. Wie konnte man so ein... Man konnte ja quasi so Sitzmöbel machen. So Sitzbänke, weißt du? So tun, ja. Ja, genau. Da brauchst du ja einfach so ne Holztreppe für. Und dann konntest du ja an den Seiten noch so ne Lehne machen. Ja, mit Schildern. Mit dem Schild. Ach, Schilder. Stimmt. Das hab ich das einer mal gesucht, ey. Kann man da drauf. Du. Fick dich. Oha. Schilder dein Leben, ey. Schilder dein Basis, Alter. Übertreib dich. Fickt euch alle? Was wollt ihr von mir? Ja. Hält die Fresse. Keiner mag die. Wie macht man noch polierten Diorit? Äh. Äh. Boah. Gute Frage. Irgendwas mit Ofen, vielleicht? Ich hab keine Ahnung. Ofen reinschmeißen? Brennen? Da muss ich gleich mal gucken. Er fragt uns was in... Minecraft. Nicht jeder ist allwissen-projekt. Diorit hat mich nie interessiert. Hat jemand ein Plünderungsschwert, damit die Kühe mehr Leder droppen? Nee. Ich kann ja mal gucken. Ich hab ich nen Diorit. Ich weiß, Gondel hat nen Plünderungsbuch höchstens. Hat er nen Goldschwert? Glaub ich nicht. Äh. Wenn ich jetzt die Kühe mit meinem Flammenbogen kille, äh, droppen die ja trotzdem Leder? Nee, da, ja, da kommt aber auch dann direkt gebratenes Fleisch. Das ist ja auch richtig, aber Leder kommt auch, ja? Ja. Ja. Das macht keinen Unterschied. Der Junge denkt effizient, eh. Na, wenn, dann kann ich auch schon gleich schön fett essen. Der kennt sich richtig, eh. Zwei Stunden. Du brauchst wahrscheinlich Weizen, um die Kühe geil zu machen, ne? Ja. Scheiße. Ja, wenn ihr einen richtig ab, sage ich dir. Ja, so richtig. So wie deine Katze, ne? Ah, schlimmer. Schlimmer, oh. Ich, ich merk schon. Oh. Die kackten direkt andere Kühe aus. Ich, 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 ich merk schon. Oh. Die kackten direkt andere Kühe aus. Ich muss sagen, der ist schon dabei. Die Kurs machen muss schön. Walter, ganzes 64, 64er Stack an Steaks, eh. Tom. Mann. Ich sah alle weggeklappt wie der Mangel. Ne, ne. Ein paar. Was? Fünf Leben, glaub ich. Alter, du warst bei mir unsichtbar. Ne, das sah so geil aus. Alter, das sah so geil aus. Ich schwör. Alter, ihr... Irgendwie habt ihr das mit Unsichtbarkeit da. Ach, was? Du hast nur einen Bug auf deiner Version. Oh, kümmer dich das Boot. Was? New Flitzer, so ein Geister entlang, eh. Richtig krank. Ah. Äh, gut. Ich hab ein Archivment bekommen, ein Archivment. Ein Archivment. Ich kenne jetzt ab und zu mal die Hühner, die kriegen mich auf. Was ich glaub, mit Hühner, äh, Fleisch und Federn und so, werden wir keine Probleme mehr haben. Wir brauchen Trinkhühner. Für der Hühnerwahnsinn ausgebrochen, ja, oder Vogelwahnsinn. Vogelgrippe. Ah. Jetzt hab ich keins. Doch hab ich. Ups. Jetzt hab ich keine Minecraft-Fucke. Jetzt hab ich keine Minecraft-Fucke. Jetzt hab ich keine Minecraft-Fucke. Kratzen, kratzen. Mehr drauf Miau 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 Das ist so schwierig gerade hier Dieses scheiß Schiff Ich habe das Auf meiner eigenen privaten Welt Ausprobiert da und das war es nicht ganz gut aus da war es ganz einfach ja da war auch kreativ von der Hälfte um Warten wie habe ich das hier gemacht